Schönen guten Tag, mein Name ist Marco Hache von der Kenta Müller GmbH. Ich möchte Ihnen heute eine Alternative zur Desinfektion für den nichtmedizinischen Bereich vorstellen, unseren iClean Mini. In dem iClean Mini wird aus reinem Wasser sogenanntes ozonisiertes Wasser erzeugt. Wir sprechen da von einer Sanitation. Einfach mit dem iClean Mini die Oberflächen einsprühen. Wichtig ist darauf zu achten, dass die Einwirkzeiten eingehalten werden. Speziell in Bakterien- und Virenreduktion sprechen wir davon, dass wir bis zu 99,99 Prozent reduzieren. Besonders getestet auf dem Coronavirus bis zu 99,99 Prozent Reduktion. Nachdem wir die Fläche wieder trockengewischt haben, möchte ich noch mal speziell darauf hinweisen, dass Glas, Plexiglas, Holz und alle empfindlichen Oberflächen nur mit Wasser gereinigt werden und damit eine sehr, sehr schonende Reinigung stattfindet. Falls sich Ihr Interesse geweckt haben sollte, würde ich mich über eine Anfrage von Ihnen freuen. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!